Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey, Leute! So, wir sollen den Wald des Jägers erreichen. Das machen wir jetzt aber noch nicht. Ich denke mir, oder ich hab mir gedacht, wir machen vielleicht erst die Quest hier unten fertig und dann schauen wir uns die andere Quests dann später an, würde ich sagen, weil ich hab, äh, nicht, dass wir noch irgendwas verpassen oder so, weil es sieht irgendwie aus, als wenn wir hier den Endboss dann bald machen. Und ja, das will ich jetzt eben noch nicht. Schauen wir erst mal, was es hier noch für Quests sind. Hülias Notizen. Werte Bewohner von Portaida, wenn ihr diese Notizen gefunden habt, habt ihr auch den Verrat des Ahon überlebt. In meinem Kopf fällt nur ein Wort stetig wieder, Rache. Ein Mann, der sich selbst der Wächter nennt, hat mir einen neuen Lebenssinn gegeben. Aus dem Chaos der Welt wird ja eine neue Ordnung entstehen. Tretet im Orden bei, geht zum Militärlager in den Sümpfen des Thermes, nehmt die, das Ordensrit und lest die beilegende Notiz. Sie wird euch an eure Ziel führen. Die Mutigsten können sich der Beste stellen. Da sind wir von Thermes in Makedonien. Schauen wir doch mal. Arreteas Militärlager, das ist das hier wahrscheinlich nicht. Ne, das ist die andere Quest. X6 ist der 9. Lager aus von Portaida. Sümpfe von Makedonien. Aristeas Militärlager. Wir haben hier eigentlich, achso, okay. Das Militärlager haben wir schon. Kann das hier sein? Aristeas Militärlager. Jo, dann gehen wir doch da mal hin. Ach, wir können sie ja auch nirgendwo hin porten. Okay, dann würde ich sagen. Machen wir das doch jetzt schnell fertig. Nimm unser Pferd, dann geht es schneller. So, okay. Und los. Hier sind ein bisschen zu wenig Aussichtspunkte, finde ich. Hier müssten mehr sein. Ganz schön weite Wege. Ich frage mich, was der Orden diesmal für mich bereithält. Hoffentlich weniger Todesbäume. Ella. Und es regnet. Und gewittert. Ich frage mich. Da ist es. Na los. Ich habe da überhaupt noch welche drin. wir haben sie eigentlich gekürt also auf jeden fall welche drin wenn ich nicht kämpfen will darf ich mich nicht sehen lassen ach der die 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 Ah, ist es nun, wer sind denn hier? Okay. Ah, ist nun, wer sind? Ah, ist nun, wer ist nun, wer ist nun? Oh, Gott, Gott. Sammle Bierenfiller Okay Das muss irgendwo noch ein Hinweis sein Ah, okay Schauen wir doch mal Okay, die können wir auch retölen Eine Arznei kann belebend oder giftig sein Das hängt ganz allein von der Absicht des Arztes ab Ah, die hätten wir killen können Scheiße, okay, die müssen wir noch finden Alles klar So, Bären treiben sich bekanntermaßen Im nördlichen Teil von Makedonien herum Sie wurden in der Nähe der Bärenhöhle Im unerforschten Pangaeon-Gebirge gesehen Ist hier hinten oder was? Okay Dann würde ich sagen Erkannter, die Schwindler können wir auch gleich Fertig machen Die machen wir dann später mal ganz in Ruhe Obwohl, sie wären nicht weit weg, ja Zwei Kultisten Äh, zwei Älteste Eins, zwei Dann haben wir noch Dann haben wir eh bloß noch zwei Ja, okay Dann würde ich sagen Komm, wir machen die gleich down hier Die Ärztin Und danach, äh Gehen wir in die Stadt hoch Los, los Oh, sie sind busy, ja Los, los So, okay Sie sind immer weit weg Jake Ah 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich würde mich lieber mit dir zu tun, Arterfrauch, nur die Hauptsache ist, dass du schürfst. Ich würde mich lieber mit dir zu tun, Arterfrauch, nur die Hauptsache ist, dass du schürfst. So, okay. Machen wir die doch hier. Sehr schön. Machen wir mal einen Schatz. Läuft. Okay, dann würde ich sagen, auf zur Stadt und dann machen wir gleich mit den Bären weiter. Hier oben. Und da haben wir auch gleich einen Kultisten dann. Sehr schön. Geht voran. Hm? 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 So, okay Da sollen die Bären sein, oder wie? Im nördlichen Teil von Makedonien herum Bärenhöhle Ist doch hier falsch, oder? Was ist denn das hier? Was müssen wir denn hier machen? Wir reden einfach mal mit dir Ah, ich hab die Bären schon Oder? Okay Bei denen verkaufe ich die dann praktisch Was kann ich dir bringen? Wir verkaufen mal Alle Handelsgüter Und das verkaufen wir auch gleich Bis bald dann! Okay, nördlichen Teil von Makedonien In einer Bärenhöhle Das ist hier oben, oder? Ei, ei, ei Das heißt, ich muss auch nochmal dahin porten Okay, dann machen wir auf den Weg Aber die hier gleich mal Und dann gehen wir hier weiter Das gehört zwar nicht zur DLC-Quest Aber die können wir auch gleich erledigen Und ja, dann gehen wir hier hoch Okay Dann machen wir Die Anführerin Vorher speichern wir nochmal Weil ich glaube, in dem Haus des Anführers ist Okay Schauen wir mal, ob wir irgendwie seitlich Uns reinschleichen können Ist die im Haus drin, oder wo ist die? Okay, die scheint im Haus drin Was zu sehen Hier freut sich keiner, mich zu sehen War wohl doch nichts Okay Okay Ich habe keine Angst, die Tiefen Mein Verstand bin die Tiefen Da hin All die anderen Ich habe keine Angst, die Tiefen Ja, nein! Nein! Oh, Jesus! elite perser gürtel haben wir jetzt schon perser rüstung inventar sondern gucke so wir hätten ja hier elite perser ja haben wir sogar könnte man mal schnell anziehen haben wir uns sterblichen perser arm schienen rustschutz gestern wird es aber nicht dran wird es einfach gut gefällt mir nicht so jetzt geiler aus Okay, dann würde ich sagen Machen wir die normale Quest schnell weiter Die ist hier Dann haben wir die auch abgeschlossen Okay, dann würde ich sagen Der Jäger muss etwas über Darius wissen. Ich werde es aus ihm herausholen. Die Jäger, kann ich irgendwie behilflich sein? Du, Adlerfrau, du warst eine gute Freundin von Felter Brasidas von Sparta, nicht wahr? Jep. Brasidas und ich standen uns sehr nah. Ja. Ich wusste es. Er hat nur in den höchsten Tönen von dir gesprochen. Er war mein Cousin, weißt du? Ist das so? Ich würde seine Habe gern der Familie zurückgeben. Aber ein spartanischer Befehlshaber will sie einfach nicht rausrücken. Als seine beste Freundin verstehst du ja sicher, wie wichtig es für die Familie ist, abschließen zu können. Und du bittest mich, sie dir zu holen? Bei den Göttern. Ich bin schließlich die rechtmäßige Besitzerin. Mach dir keine Sorgen mehr. Ich habe alles längst erledigt. Du hast dir deine Bezahlung verdient. Okay. Hier, nimm das. Ich mache keine halben Sachen. Läuft. Haben wir das schon abgeschlossen nebenbei mal. Sehr schön. Dann würde ich sagen, ab zur Beerenhöhle. Und dann schauen wir, ob wir die fünf Beeren snacken können. Ich komme in der Nähe, Jäger. Ich komme in der Nähe, Jäger. Wenn er nicht erwischt wäre, habe ich ein Problem. Ja, wenn er nicht erwischt. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier so ein paar Bären finden. Ich mache schon mal ein Alphatier. Ich mache schon mal ein Alphatier. Okay, drei haben wir erst. Wir brauchen nochmal zwei. Das heißt, wir müssen uns hier noch ein bisschen umgucken. Okay, da oben sind nochmal zwei. Okay. Okay, so haben wir schon. Haben wir es ja. Da können wir auch gleich porten. Nochmal einer. Gegen ein schönes Leder. Gut, dann porten wir doch gleich. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn du Bärenfälle für mich hast, bist du hier richtig. Hier sind wir. Bärenfälle. Hier drüben. Bärenfälle. 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 Und seine Macht ist uralt. Ah, das ist die falsche Antwort. Ich bin nur ein kleines Werkzeug in den Händen der Götter. Doch manchmal brauchen sie mich. Okay. Okay. Uns fehlt sie aber noch. Ah, der da. Okay, der ist es. Okay. Das ist der letzte eigentlich oder der vorletzte. Das Leben war eine Tragödie. Das ist der letzte Wächter. Okay. Das ist der letzte Wächter. Echion jeden Wächter. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge dann an. Und wenn wir den haben, dann könnten wir ja rein theoretisch die Quest hier noch machen. Und dann halt auch mal hier hinten hingehen. Genau. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß beim Kanal. Ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß beim Kanal.